Guten Morgen Leute, sagt Hallo zur 10-jährigen Ava. Erst packen wir Geschenke aus. Mit Papa gucke ich mir mein neues Harry Potter Buch an. Ich finde es cool, dass es illustriert ist. Dann haben wir ein cooles Spiel gespielt und meinen Kuchen angezündet. Der war übrigens super lecker. Baby will heute mit am Tisch essen. Sogar mein Management hat mir eine Partybox geschickt. Wie süß ist dieses Faultier, bitte. Meine Geschenke wollte ich übrigens als Schnitzeljagd suchen. Es macht mehr Spaß und ist besser für die Umwelt. Gefunden! So Leute, ich werde jetzt einfach mal gespüttet und sortieren, weil ich habe ja diese Kleine herbekommen. Auch am Geburtstag muss man Hausaufgaben machen. Und wer sieht das Stück Kuchen? Ih, mein Neujahrschein ist drin, voll verschimmelt. Zum Abschluss habe ich noch mit Papa VR gespielt.